Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelüt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Gurten treten, Christen hauen und dabei Kinderporno schauen. Und selbst abends heißt es statt Schlafen, Felazio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Untertitelung des ZDF, 2020